Ein Notsignal. Charlie muss vor den Schwierigkeiten stecken. Ich rufe lieber Feuerwehrmann Sam. Charlie ist mit seinem Boot in Seenot geraten. Komm mit, Penny. Alles klar. Eine Seenotrettung. Betreffendes Boot in der Bucht gehört dem Fischer Charlie. Und es sind möglicherweise Kinder an Bord. Oh, 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 wir werden untergehen. Hilfe, Hilfe, runter vom Schiff. Ruhig, ganz ruhig, Norman. Die erste Seefahrerregel lautet, keine Panik. Tief durchatmen. Da, das sind Sam und Penny. Sam, Penny. Norman, tief durchatmen. Oh, Entschuldigung. Ist jemand verletzt? Nein, nur das Boot. Wir haben ein Wahlkalb gerammt, aber es wird schon gehen. Gut, ich hole die Kinder von Bord. Sarah? James? Norman, du bleibst hier und hilfst Charlie. Was? Aber ich... Na gut, ich bleibe hier. Danke, Norman. Gut gemacht. Ich werfe euch einen Tau rüber. Wir müssen das Wahlkalb zusammen zurück ins Meer treiben. Okay? Ja, Norman und ich kriegen das schon hin. Oh, da bist du ja. Das Wahlbaby hat seine Mutter gefunden. Hurra! Jetzt freut es sich bestimmt riesig. Ich glaube, es will sich bedanken. Leb wohl, kleiner Wal. Wir haben auf dem Meer ein richtiges Abenteuer erlebt. Und? Wer hat den Angelwettbewerb gewonnen? Ich würde sagen, wir haben alle gewonnen. Er war so groß. Nein, er war so groß. Glücklicherweise ist er aber entkommen. Denn er ist kein Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Was immer dich bedroht. Ja, Feuerwehrmann Sam.